Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Rockers & Resources Sowjet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, beim letzten Mal gab es natürlich in den letzten Folgen viel Stress, was diese Bahnanlage angeht. Das heißt, ich habe mich offscreen nochmal mit beschäftigt, nochmal die Signale geändert. Ich hoffe, dass es jetzt reibungslos funktioniert. Wenn nicht, ist doof. Aber egal. Gut, was habe ich noch gemacht? Ich habe mal probiert, weil das ging ja hier auch nicht, dass unser kleiner Eisenbahnlinienbauer, also nicht das Ding jetzt mal, unser Schienenleger, der hat nicht funktioniert. Das lag daran, dass da irgendwie keine Arbeitskräfte dran waren. Fand ich ein bisschen doof. Deswegen habe ich auch da ein bisschen rumexperimentiert. Jetzt geht es. Der legt jetzt hier fleißig seine Schienen. Und hier soll es ja dann noch weitergehen. Später. Aber dazu kommen wir dann. Gut. Was hier entsteht, ist ein neues, erstmal auf einspurig, ein neues Eisenbahndepot. Soll hier entstehen, hat den Grund. Ich möchte nicht mehr, dass die hier mit der Linie verbunden sind. Also diese Linie mit der hier. Weil, komischerweise, haben diese Züge dann einfach, wo es hier verbunden war, ihr seht ja noch die alte Strecke, diesen Part mit benutzt. Und das war doof. Den Part habe ich nämlich auch geändert. Jetzt gucken wir uns gerade nochmal an. Ich habe gerade auch Pause. Es hat auch seinen Grund. Ich habe es geändert. Es war natürlich, er ging nie an der Strecke. Ich habe es jetzt geändert, dass er jetzt hier rum geht. Und da lang geht hier. Sein eigenes Depot hat für Sprit. Was auch in Ordnung ist. Dann geht er hier hin und geht dorthin. Das ist in Ordnung. Soweit, so gut. Müssen noch ein paar Verbindungsarbeiten schaffen hier mit der Straße etc. BP. Aber das kriegen wir auch noch hin. Nicht das Problem. Gut. Was ein Problem ist. Ihr seht. Hier war vorher ein zweites Silo. Das klappt nicht. Ich dachte, die würden das Wendel weiterleiten. Auf den Zug, das klappt überhaupt nicht. Deswegen habe ich hier eine, was ist denn das jetzt hier, eine Straßenladungsstation gebaut. Klappt aber auch semi-optimal. Das heißt, der hier wird echt beschissen angeliefert. Ist nicht Sinn der Sache. Deswegen müssen wir da auch nochmal ran. Mal gucken, wie wir das hier wurschteln. Ich habe mir überlegt, dass wir hier wirklich, wirklich, wirklich viel Agrar hinbauen. Dass wir hier noch mehr Felder bekommen. Das scheint mir noch zu wenig. Deswegen werde ich hier wahrscheinlich die gesamte Fläche mit Feldern zutackern. Geht anscheinend nicht anders. Das ist zu wenig, was da rumkommt hier. Ich meine, da ist gerade nichts drin. Und die sind hier gerade erst am wachsen. Müssen noch geerntet werden. Und, und, und. Und es passiert gar nichts. Das ist doof. Ja, doof. Also werden wir heute folgendes machen. Erstmal ein paar Felder noch setzen. Ähm. Hopp, 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 hopp. Damit wir hier nochmal vernünftig Nahrung ranbekommen. Und dann beschäftigen wir uns mit den ganzen anderen Dingern. Nahrungs- und Erntebezogen. Kleines Feld kriege ich dich hier rein. Ja. Kriege ich dich sogar, dich kriege ich dann nicht rein. Aber dich werden wir auf jeden Fall hier hinsetzen. Kleines Feld. Je mehr wir hier reinkriegen, kriegen wir den so rein. Nein, leider nicht. Das ist denn das hier, das ist so. So, vielleicht, wenn wir das hier nochmal wegreißen. Dieses Stück. So, hier haben wir einen großen. Und den mittleren kriegen wir da echt nicht rein. Das ist doof. Kriegen wir dich dann so rein? Nee, auch nicht. Dann hat das wenig Sinn. Nochmal so. Na, dann kriegen wir den hier noch gedreht. Eventuell auch noch ran. Ah, nee, nicht ganz, ne? So würde der hier gehen, aber ist auch nicht optimal. Okay, folgendes. Wir werden mal das Stück Straße bauen. Und das wegmachen. Das lassen wir so. Das ist in Ordnung. Das lassen wir so erstmal. Jetzt sehen wir zu, dass wir hier auch noch eine Straße bauen. Ich werde wahrscheinlich wirklich... Obwohl, nee, wir brauchen schon mehr Power. Nicht hier so lang ziehen, wenn es geht. Scheint zu gehen. Dass da auch mal was passiert. Ähm, jetzt... Kommen wir den hier rum. Nein. Kommen wir den hier so ran. Ah. Ich würde den so ganz gerne an einem Feld herlang haben. Wisst ihr, so einen echten Feldweg. Sozusagen. Ah, Autosafe. Entschuldigt. So. Das klappt. Wir müssen nochmal zusagen, dass wir das jetzt hier noch irgendwie hinkriegen. Das musste ich ein bisschen, wie gesagt, modifizieren. Im Grunde klappt es. Ganz okay. Das werde ich jetzt nochmal wegreißen. Ähm. Nochmal neu setzen. Irgendwie. Wenn möglich. Ah. Jetzt kann ich es wieder nicht bauen, weil... Weil... Ähm... Warte mal ganz kurz. Ja. Warte mal ganz kurz. Da geht es auch noch raus. Dann machen wir mal eine Doppelstraße. Das können wir auch mal machen. So. Das Stück hier. Äh... Kriegen wir den hier ran? Nicht so, wie ich es gerne hätte, ne? Vielleicht legen wir die hier einfach an der Schiene entlang. So. Dann haben wir hier eine direkte, äh... Verbindung zur Schiene. Dann werden wir das nochmal wegreißen. Geht das hier so... Ja, so. Nicht allerschönste Arbeit, aber es geht. So. Kriegen wir den hier ran? Ne. Will er irgendwie nicht... Ich frage mich, was hier das Problem ist, dass der hier nicht rüberkommt. So. Hier versuche ich jetzt an der Schiene lang zu gehen. Hier muss man irgendwie auch noch rüberkommen. Da... Flatten irgendwie. Und dass wir hier nicht rüberkommen, ist echt ein Problem. Müssen wir nochmal ganz kurz eingreifen. Ja. Kommen wir da rüber. Ich will doch bloß da hin. Dann kommen wir so. Und da geht's nicht. Straßenkreuzung. Will er nicht. Verstehe ich nicht, dass er da so rumzickt. Will er auch nicht. Ich hab jetzt keine Lust, alles nochmal abzureißen. Nur wegen einer Straßenverbindung. Das wäre ein bisschen arg doof. Das wäre echt ein bisschen doof. Das gibt's doch nicht. Ah, hier geht's. Okay, dann gehen wir hier rüber. So, und dann gehen wir hier lang. Stückchen so. Ah, was ist denn hier, Leute? Komm, baut mal fertig. Kostet uns wieder Rubel. Hier geht's nicht. Bahnübergang ist zu nah an der Straßenkreuzung. Ach komm, willst du mich doch verscheißern? Du willst mich doch verscheißern. Wird so gerne Synchronen ranbauen, aber er lässt uns nicht. Also müssen wir wirklich... Das so handhaben. Und ich will hier irgendwie rüber. Was ist... Gerade geht er nicht. Kommen wir hier rüber. Ja, hier geht es. Direkt ein Bahnübergang. Nicht die beste Lösung, aber was willst du machen? So, dann ist das auch angeschlossen. Sieht ein bisschen doof aus. Aber hey, was soll's. Egal. So. Nächste Aktion. Weitere Felder brauchen wir. Und zwar viele Felder. Viele, viele Felder brauchen wir. Viele Felder. Ich muss mir ganz kurz noch was angucken. Keine Arbeiter mal wieder. Essen ist echt bescheiden, was da rumkommt. Mehr Felder. Nahrungs- und Erntebezuge. Dann nehmen wir gleich die großen Felder, würde ich sagen. Damit es sich lohnt. Kriegen wir den? Ja, wir kriegen den ja auch noch sanfter gedreht. So ein bisschen zumindest. So. So. Eins. Hier ist wirklich... Feldwirtschaft vom Allerfeinsten. Zwei Felder. Äh. Ach. Autosave. Autosave rettet manchmal wirklich Leben. Aber nur manchmal. Mal. So. Dann bauen wir jetzt hier. Da sind noch Silos. Da könnten wir noch Silos anklemmen. Dass wir das zwischenlagern. Wäre vielleicht nur eine Möglichkeit. Obwohl. Warte mal. Das ist doch hier unsere Nahrungsmittelfabrik. Da ist doch ein Silo-Quatsch. Nahrungsmittelfabrik bedeutet doch, wir brauchen doch eigentlich... ...Eine Ladestation, ne? So eine Dingsbum-Station. So eine, ähm... Straßenladungsstation. Die das hier eigentlich managt. So. Ähm... Mal gucken wir den hier so irgendwie ran. Bisschen Abstand lassen. Ich hoffe, dass das klappt. Ja, klappt sehr gut. Straßenladungsstation. Hier ist der Agrarhof. Da wird zwischengeladert. Gelagert. Hier wird's verarbeitet. Und hier wird's dann hingelagert. So die graue Theorie. Ähm... Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen viel mehr. Viel mehr Felder. Äh, der will da nicht. Lass uns mal bauen. Warum will der da nicht? Mal ranzoomen. Ranzoomen, sag ich. Und da nimmt das wieder. Komischerweise. Nochmal. Wir bauen jetzt hier erstmal wirklich... ...recht viele Felder auch hin. Damit wir hier mal vorankommen. Wir brauchen das Geld. Wir brauchen die Einnahmen. Wir müssen das exportieren. Okay. Das klappt. Wunderbar. Ja, du auch. Sehr gut. So. Dann haben wir hier hinten noch eine Straße. Die kann hier auch durchführen. Das ist mir auch recht eigentlich. Rauszoomen. Das kostet natürlich alles. So. Weiter geht die wilde Fahrt. Jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir das hier auch bauen. Ähm... Weitere Felder sind gefragt. Damit wir das hier besser in den Griff kriegen. Wir brauchen diese Felder unbedingt. Wir brauchen mehr Zeugs. Weil sonst... ...sehe ich hier schwarz mit der Versorgung. Dann machen wir mal so. Dann geht's hier weiter. Machen wir hier auch noch. Na, das wird vielleicht... ...so. Noch ein Feld. Vielleicht kriegen wir noch ein Feld hier ran. Jetzt so spontan nicht. Okay. Allzu schlimm. Ähm... Entschuldigt, Leute. Tut mir leid. Wir lassen mal ganz kurz laufen, damit die Dinger gebaut werden. Ich hoffe, dass die Maschinen das hier schaffen. Okay, das schafft. Teilen wir dem auch noch mal zu. Es gibt keine Straßenverbindung. Kann der da nicht durchfahren? Das wäre ja Blödsinn hoch 10. Eine Straßenverbindung zum Feld. Weil... Du bist doch... Du bist doch dran. Das ist wieder so ein Ding, wo ich mir überlege, warum geht das wieder nicht, ne? Das ist wieder so ein typisches Problem. Es wird mir nicht erklärt, warum das jetzt nicht geht. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja, keiner... ...sagt mir wieso. Und das ist doof. So, neue Aktion. Probierst du noch mal. Jetzt geht es. Wir müssen erst das Ding hier umfahren, weil da kann er nicht durch. Ist auch geil, ne? Da kann er einfach nicht durch. Wir müssen das Ding umfahren. Gut. Ähm, warte mal. Das hier ist der andere Agrarhof. Da werden wir auch mal... Die Reichweite ist schon maximal. Da werden wir... Können wir den da auch zupacken? Geht nicht. Das scheint schon dazuzuhören. Der noch nicht. Der noch nicht. Der noch nicht. Keine Straßenverbindung zum Feld. Mal wieder nicht. Warum auch immer. Der geht. Der geht nicht. Frage, warum geht der nicht? Der kann doch da überall langfahren. Oder? Ah, ne. Jetzt geht es. Jetzt kann er. So, jetzt nimmt er den auch. So, das muss ja irgendwie erstmal reichen. Ich meine, das Zeug muss ja erstmal rankommen hier. Ey, das ist ja sonst ein Albtraum. So, was hast du? Du bringst... Nahrungsmittelfabrik. Du sollst das aber anders handhaben. Du sollst... Ähm... da das holen. Das wegmachen. Straßenladungsstation. Du sollst du beladen. Und hier werden wir das jetzt entladen. an der Straßen... äh, 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 äh... Ladungsstation. Machen wir das nochmal weg. Das ist... Warte mal. Das ist zum Entladen. Das ist zum B-Laden. Das hier. B-Laden. Somsa... Straßenladungsstation 2. B-Laden. Somsa... Straßenladungsstation... Wo ist es denn jetzt? Jetzt komme ich gerade durcheinander. Äh... Da oben. Dort entladen. Das weg. Das auch weg. So, ich hoffe, ich habe es jetzt. Äh... Wollen wir mal kopieren. So, ich hoffe, das klappt jetzt. Dass die das jetzt hier irgendwie gewuckt bekommen. Wenn nicht, muss ich mir das nochmal angucken. All related vehicles. Da. Genau. Nahrungsmittelfabrik. So, du bist... Der fährt da hin. Das ist okay. Zack. 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 Das müsste auch klappen. Warten wir mal kurz ab hier. Dass die hier auch ordentlich Gas geben. Die Boys and Girls. Ah, der fährt da schon hin. Wie mir scheint. Ja, komm. Sehr gut. Wir kopieren gerade die ganze Zeit diesen Fahrplan auf diese, ähm... Autosave. Auf die, ähm... LKWs. Ah, der will nicht. Ah, der will nicht. So, Leute. Kommt. Was macht er denn da? Ja. Ich glaube, der hat sich einfach nur verfranst. So, ich hoffe, das klappt. Jetzt reicht doch erstmal, hoffe ich. Ich glaube, der kommt nicht mehr weg hier. Der hat sich einfach nur verfranst. So, das läuft. Lass mal kurz gucken. Hier sind lauter Fahrzeuge. Bis auf eines. Da müssen wir nochmal was kaufen. Ähm... Ich frage mich mal zu. Pflanzen. Achso, die können... Miedrescher. Traktoren. Aussaat. Traktor. Vier Traktoren. Machen wir nochmal eine Ernte drauf. So, wie sieht's denn hier aus? Hier ist noch gar nix. Feld erfordert Arbeiter oder Nutzfahrzeug, um zu ernten oder zu... säen. Okay, hat er bis jetzt noch nicht gemacht. Und das, obwohl die eigentlich zugewiesen sind. Wollt echt nochmal eine zweite Dings hinbauen. Noch mehr Agrarwirtschaft. Ähm... Bauernhof. Noch einen hinbauen. So, bauen wir den hier... auch nochmal hin, wenn's geht. Gebäude aufgrund der Infrastruktur. Ach, Gottchen. Kostet auch mal eben... 71.000. Mal eben so. Na, was war denn hier los? Da hab ich doch grad was gesehen. Irgendwie war doch da was. Gebt mal Vollgas. Lass das mal fertig bauen. Dann können wir die hier mit... auch noch drauf, äh... unterstützend. So, okay. Haben wir. Brauchen wir natürlich auch hier wieder ein, ähm... Silo. Ein Pornspeicher. King war auch hin. Kein Problem. Verbindung steht. Straße steht. So, dann kann das erstmal hier volllaufen, das Ding. Wir müssen das Zeug einfach mehr hierher bekommen. Das ist irgendwie... überhaupt keine Abladung, oder? Laden die hier irgendwas ab? Nee. Haben wir noch gar keine Produktion hier angefangen. Das ist echt erbärmlich. Aber hier ist echt wirklich... 0,46 Tonnen Pflanzen. Wow. Hier das Ding ist voll und wird nicht verarbeitet, weil hier keine Arbeiter sind. Wir müssen hier nochmal mehr Leute rankriegen. Das ist echt schlimm. Okay. Aber erst einmal... holen wir uns ein paar Meter. Schau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja, obwohl einen können wir nochmal verkaufen, glaube ich. Ja. Verkaufen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann holen wir uns Traktoren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Okay. Dann machen wir mal große Aktionen. Zack, 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 zack. Kümmert euch ruhig mit um alles, was hier geht. Unterstützt euch gegenseitig. Wollen wir nur recht sein. Mach mal. Keine geschlossenen LKWs. Die brauchen echt geschlossene LKWs? Wofür, frage ich mich. Okay. Nehmen wir ihn nicht. Dann wird der halt verkauft. Und wir holen uns da mal einen geschlossenen LKW. 7 Tonnen Motorleistung. 10 Tonnen. 7,2. 9,8. 10 Tonnen. 10 Tonnen. Ja, dann komm. Hier ist keine Felder zugeordnet. Willst du mich verkackeiern? Ich hab doch ganz klar die Felder zugeordnet gehabt. So. Du hast die, du hast die. Das ist in Ordnung. Wie geht's mit dir aus? Sind keine Felder zugeordnet. Junge. Das ist nämlich echt schwickern. So, ich hab die ganze Zeit die Felder zugeordnet. Jetzt will er die wieder nicht. Verstehe. Die können nicht übereinander arbeiten. Das ist doof. Sehe ich grad. Das ist doof. So, hier kommt der Zug. Und hier ist mal wieder nix da. Und der Zug fährt momentan wirklich auf... ...laue Kosten sozusagen. Der hat Kohle. Der hat Kies. Das ist Bruchstein. Aber das kommt irgendwie noch nie so rum. So. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall hier Arbeiter, die hier rankommen. Und zwar schnell. Möglichst. Hier wartet keiner. Was mit euch hier? 131 Leute ohne Job. Ist doch unglaublich. Und die kommen nicht klar. So. Dann geht doch mal zur Bushalte. Ähm. Keine Gebäude. So, fahrt mal einfach. Ja, hier strömen die Leute lang. Aber wir haben keine Arbeiter. Ja, das ist noch eine schöne, schöne Aufnahme. Ja, liebe Leute. Damit sind wir auch für heute als erstes mal ans Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich so lange mal fürs Zusehen. Hinterlassen. Däumchen nach oben. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald, bald wieder. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von Edgaming.tv. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020